Ja, mit seinem gewohnten guten Start. Er hat gleich eine Lücke reisen können zu Valentin Luc. Eine klare Führung für den Athleten von Lausanne-Sport. Doch Athletisme, er zieht jetzt auf der Zielgeraden Richtung Ziel 22.07. Mit 22.07 setzt er sich auf Platz 3 des Rankings. Und somit hat er gute Chancen, dass er im A-Finale mitlaufen kann.